ja hallo youtube und willkommen zu diesem neuen video von mir kleines kanal update und zwar morgen sehr wahrscheinlich morgen ich kann nichts versprechen aber ich hoffe dass es klappen wird wird ein neues video von mir erscheinen bzw ein unboxing oder ja ein produkt review sagen wir es einfach mal so denn ich habe mir zwei sachen bestellt die in aller regel morgen ankommen müssten wo ich mich tierisch freue ich kann es echt kaum erwarten dass die sachen kommen bzw am liebsten hätte sie jetzt schon da und könnte jetzt schon darüber was sagen ich werde es euch an dieser stelle noch nicht verraten wollte ich euch als einfach nur wissen lassen dass ab morgen sehr wahrscheinlich ein neues produkt video von mir erscheint ja ich verbringe jetzt mein abend mit ich denke mal noch ein bisschen youtube gucken im bett oder so ich weiß es nicht auf jeden fall werde ich mir auf jeden fall davon noch gleich mir noch eine dose gönnen ahoi bronze waldmeister geschmalkt echt mega geil das zeug ja das sollte an dieser stelle erst mal wieder von mir gewesen sein bis zum nächsten mal tschüss ich denke mal wieder von mir aus 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 ich denke mal wieder von mir aus